Hallo und herzlich willkommen zur wöchentlichen Andacht vom 25.12.2023 von Amir Zafati und Barry Stegner. Rituale retten dich nicht Als ich den Herrn annahm, war das Erste, was ich tat? Ich hatte damals kein neues Testament. Ehrlich gesagt dachte ich nicht einmal, dass ich eines bräuchte. Warum das? Weil ich mir dachte, wie wurden die Menschen zur Zeit Jesu gerettet? Wisst ihr, Jesus hat nie jemandem ein neues Testament gegeben. Paulus hatte nie ein neues Testament. Also dachte ich nie, dass ich es brauchen würde. Das habe ich also damals gedacht. Und es ist interessant, denn ich habe Jesaja gelesen. Ich fing mit Kapitel 1 an und war schockiert, als ich sah, wie Gott buchstäblich hasst, was der Mensch mit seinem Wort gemacht hat. Gott hasst die von Menschen gemachte Religion. Sie steht einer persönlichen und intimen Beziehung zu ihm im Weg. In Jesaja Kapitel 1 Verse 12-14 heißt es, Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergebliches Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbat Versammlungen halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Ich bekam fast einen Herzinfarkt, als ich in der Bibel las, dass Gott die Neumonde und die Feste hasst, die er selbst dem Volk Israel gegeben hat. Warum eigentlich? Denn seht euch an, was sie aus ihnen gemacht haben. Er sagt, Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Und dann wurde mir klar, dass Gott im Grunde sagt, dass Religion niemanden retten kann. Es ist eine Sache des Herzens. Man kann nicht gerettet werden, indem man Rituale durchführt. Eines der interessantesten Gespräche in der ganzen Bibel ist in Johannes 3 aufgezeichnet, als Jesus mit einem Mann namens Nikodemus spricht, den er selbst als Lehrer Israels bezeichnete. Dieser Pharisäer entgegnete Jesus, nachdem dieser ihm gesagt hatte, dass man das Reich Gottes nicht sehnen könne, wenn man nicht von neuem geboren ist. In Johannes 3, Vers 4-10 Nikodemus spricht zu ihm, Wie kann ein Mensch neu geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, Wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, Du bist der Lehrer Israels und verstehst das nicht? Woher hätte Nikodemus diese Dinge wissen können? Wo hätte er sie erfahren können? Die Antwort ist das Alte Testament. Nikodemus, der Lehrer Israels, hätte es wissen können. 5. Mose 9, Verse 4-6 Wenn sie nun der Herr, dein Gott, vor dir her ausgestoßen hat, so sprich nicht in deinem Herzen. Um meiner Gerechtigkeit willen hat der Herr mich hereingebracht, dass ich dieses Land in Besitz nehme. Da doch der Herr diese Heidenvölker wegen ihrer Gottlosigkeit vor dir her aus ihrem Besitz vertreibt. Denn nicht um deiner Gerechtigkeit und um deines aufrichtigen Herzens willen kommst du hinein, um ihr Land in Besitz zu nehmen, sondern wegen ihrer Gottlosigkeit vertreibt der Herr, dein Gott, diese Heidenvölker aus ihrem Besitz und damit er das Wort aufrecht erhalte, dass der Herr deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat. So sollst du nun erkennen, dass der Herr, dein Gott, dir dieses gute Land nicht um deiner Gerechtigkeit willen gibt, damit du es in Besitz nimmst, denn du bist ein halsstarriges Volk. Ezekiel 18, Vers 20 Die Seele, welche sündigt, die soll sterben. Jesaja 46, 12-13 Hört mir zu, die ihr ein stolzes Herz habt und fern von der Gerechtigkeit seid. Ich habe meine Gerechtigkeit nahe gebracht. Sie ist nicht fern und meine Rettung lässt nicht auf sich warten. Ich will in Zion Rettung geben und für Israel meine Herrlichkeit. Nikodemus hätte wissen müssen, dass er und alle Juden genauso Sünder waren wie die Nichtjuden. Er hätte seit mehr als 1500 Jahren von Passalämmern wissen müssen, dass unschuldiges Blut nötig war, um Sünden hinwegzunehmen. Ezekiel 11, Vers 17-21 Darum sprich, so spricht Gott der Herr. Ich will euch aus den Völkern sammeln und euch aus den Ländern, in die ihr zerstreut worden seid, wieder zusammenbringen und euch das Land Israel wiedergeben. Und sie werden dahin kommen und alle seine Scheusale und seine Gräuel daraus entfernen. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Satzungen wandeln und meine Rechtsordnungen bewahren und sie tun. Und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein. Denen aber, deren Herz ihren Gräueln und Scheusalen nachwandelt, will ich ihren Wandel auf ihren Kopf vergelten, spricht Gott der Herr. Nicodemus hätte wissen müssen, dass alle Menschen, auch die Juden, einen neuen Geist und ein neues Herz brauchen. Und er hätte dies aus den alttestamentlichen Schriften erkennen müssen. Wenn wir heute feiern, dass die Hoffnung für die ganze Menschheit als Baby in einer Krippe in die Welt gekommen ist, können wir genau das auch im Alten Testament finden, das hunderte und in einigen Fällen tausende von Jahren im Voraus geschrieben wurde. Erster Mose 3 Vers 15 Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten, und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Frau in der Prophezeiung hier im Garten nach dem Sündenfall steht für die Juden. Der Same oder das männliche Kind, dass der Schlange den Kopf zertreten wird, ist Jesus. Im Fortpflanzungsprozess trägt die Frau nicht den Samen, sondern das Ei. Dies spricht auch von dem, was Jesaja später schreiben würde. In Jesaja 7 Vers 14 Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Sehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Was Nikodemus in Johannes 3 Vers 3 zu Jesus sagte, hätte er umgekehrt sehen müssen. Er sagte, Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm. In Wahrheit war Gott in diesem Augenblick mit Nikodemus in der Person Jesu Christi, wie Jesaja es vorausgesagt hatte. Das Kind war geboren und der Sohn geschenkt worden, der Immanuel war. Gott mit uns. Gott ist mit jedem von uns, die wir wiedergeboren sind und er wird uns niemals verlassen. Wir können nicht von seiner Liebe getrennt werden und niemand kann uns auf seine Hand reißen. Deshalb können wir wirklich ein frohes Weihnachtsfest erleben. So komme schnell, Herr Jesus. So, 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 Herr Jesus. Vielen Dank.